Hallo meine Freunde, ich bin Steini, herzlich willkommen im Brickcamp. Ihr seht schon, das sind Farben, die ihr hier auf dem Kanal wahrscheinlich nicht erwartet hättet. Babyblau, blau, rosa, pink. Was haben die solche Tasche wieder angeschleppt? Ja, das hier ist von Sembo, ein sogenannter Trophy Truck. Bei Afobrick heißt der Pickup Truck, aber er kann hinten Sachen draufpacken, aber nur die, die er wirklich mitnehmen muss. Hat die Setnummer 715006, 1341 Teile. Ich habe ihn in der nicht motorisierten Variante gekriegt, hab Motoren aber da und das ist bei Sembo ziemlich geil, kann ich schon mal spoilern. Das geht auch ganz zum Schluss, beziehungsweise ihr kriegt die Info erst ganz zum Schluss, wo die reinkommen. Und in der statischen Version kostet das gute Stück 46 Euro mit Motor, Fernbedienung, Akkubox, allem Klump drum und dran, 65 Euro. Also zwar nie Aufpreis für Motoren, Servo, ein Motor, ein Servo, Batteriebox, kann man machen. Ich habe allein für so ein Servo mehr ausgegeben, ja nicht wirklich mehr wie 20 Euro ausgegeben, aber kommen wir hart ran. Aber auch nur, weil er von Lego ist. Böse, 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 böse. Ja, Kernschmelze, nein, funktioniert noch. Und das Set habe ich mir rausgesucht, weil ich ehrlich sagen muss, ich fand Trophy Trucks schon immer mega geil. Es ist einfach ein Fahrzeug in echt, wo sehr viel Power hat. Wir reden hier von V8 Motoren, die da drin sind, von, ja, üblicherweise Chevy oder Ford mit so 1100 PS und ordentlich Drehmoment. Gibt auch teilweise Dieselmotoren, Turbodiesel mit so ab 5 Liter bis 6,6 Liter laut Reklement, was da reingezimmert werden darf. Da geht dann auch schon bestimmt ziemlich die Hütte. Was die Dinger so eigentlich auch ziemlich markant macht, ist ein enormer Federweg. Wenn man da die Videos anguckt, darum finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm, dass der hinten automatisch, wenn man absetzt, ein bisschen runter geht. Denn wenn die Gas geben, dann macht er hier den hier. Ja, da geht es schon richtig ordentlich. Und ich fand die Rennserie schon immer geil. Und wenn die Dinger so durch die Wüste klatschen, war ja 400 oder 500, wie sie heißt, oder diverse andere Rennen, denke ich mir immer, die Leute, die müssen einfach mit dem Leben so abgeschalten haben. Ja, weil der Hämmer da mit einer Wahnsinns oder die, gibt es auch schon Pilotinnen ja natürlich in dem Rennsport, mit einer Power über den Acker drüber oder quer durch die Heide, das ist ja anders wild. Ja, und das war so der Beweggrund, wo ich mir gedacht habe, so cool, brauche ich. Und ich kann euch sagen, erstes Sembo-Set von mir, was den Technikbereich angeht, bin ich zumindest der Meinung. Das war dann so der zweite Trigger-Faktor, wo ich mir gedacht habe, jo, das machen wir mal, ausnahmsweise. Und was würde dann besser passen, wie der Freaky Friday euch dieses witzige Teil hier zu zeigen? Mir hat er nämlich schon mal, Spoiler-Alert, echt Spaß gemacht zu bauen. Wir fangen aber wie bei jedem Review an, wir gucken erstmal ein bisschen über die Bauernleitung. Es sind zwei Marker drin, keine Sorge, es ist tatsächlich nur einmal, was doof war. Stellen wir den Kerle danach. Ja, Bauernleitung ist mega tiefenentspannt, Sembo graut leider nicht aus. Weiß nicht, da habe ich mich am meisten gewöhnt dran, ausbleichen, ausgrauen, finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Hier vorne in der ersten Seite haben wir wieder dieses klassische Blablabla, Labalabadingdong, hier, passt da auf. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich kann es nicht übersetzen, aber das sieht so aus, als klaut einem der, klaut hier jemand dem anderen die Teile. Nur cool. Klar, über Dibble Translate könnte ich mal gucken, was draufsteht, habe ich jetzt vergessen. Wir fangen an mit Bauabschnitt 1. Ihr habt dann hier, nur mal für diejenigen, die Sembo-Technik noch nicht kennen, da ist noch nichts neu, hier wird alles gezeigt und hier seht ihr dann den Unterschied, die neuen Teile sind dann auch rot umrandet, die gebauten Teile sind ganz normal weiß umrandet. Ist natürlich im ersten Bauschritt nicht so, weil da ist ja nichts von dem vorderen Bauschritt schon da. Lässt sich gut bauen und da habe ich auch schon ein Teil, wo ich mir nicht sicher bin, also für mich war es total neu, haut gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon öfters verbaut habt, gerade die Technik-Freaks unter euch, diesen Doppel-Pin. Also ist eigentlich vier lang, dieser Pin. Und Wizz Friction, da habe ich hier den Marker drin, tatsächlich zum ersten Mal gesehen in diesem Set. Also Technik an sich habe ich schon das ein oder andere Mal gebaut, auf so Lego-Technik, war so früher meins, bis vor ich hier mit dem ganzen Alternativen angefangen habe, habe ich so einmal im Jahr Lego-Technik gebaut. Aber sonst war eigentlich alles ganz cool an dem Teil, auf die Funktionen gehen wir dann gleich einem Modell. Es gab nur eine Stelle, die doof ist und ich weiß nicht, irgendwie ist die Kette, ich habe sie wirklich zusammengeklipst. Es wird eine Kette da in diesem Modell verbaut und die hat eigentlich auch keine so wirklich wichtige Funktion. Ich zeige es dann nachher, was sie für eine hat. Und diese Kette hier ist mir die ganze Zeit aufgesprungen. Ich habe sie ordentlich zusammengedrückt, aber an einer Stelle ist sie mir immer wieder aufgesprungen. Habe ich dann durch eine andere, die ich hier hatte, ersetzt. Und dann war gut. Ihr habt hier insgesamt, Teilliste hinten drin, ganze Elektrik, wie das dann funktioniert, Umbauanleitung ist hier hinten. Jetzt gucke ich gerade, 225 Bauschritte, tut die komplett hier. Ihr seht es, hier hat wieder das Solche zugeschlagen. Das Ding hat keine Sticker drauf. Ich muss tatsächlich sagen, weil ich das Set auf jeden Fall hier zum Rumpfetzen behalte. Sonst hätte ich es mir tatsächlich auch nicht rausgesucht. Ihr wisst, wenn ich euch Freitags irgendwas Kurioses zeige, sind es Sets, die ich nicht euch einfach so vorstellen möchte, sondern sind es dann Sets, wo ich einfach voll Bock drauf habe und die dann auch bei mir verbleiben. Darum werden hier wohl oder übel auch die Sticker drauf kommen müssen. Ich kämpfe da noch ein bisschen mit mir. Ihr werdet am Montag für diejenigen, die das Video jetzt am Wochenende sehen, eine Überraschung erleben. Kann ich schon mal so weit spoilern. Aber hier werde ich wahrscheinlich noch die Sticker anbringen, weil natürlich so ein Trophy Truck ist in echt auch hart beklebt und lebt natürlich dann durch die Sticker. Es ist hier dann auch beschrieben, 225 Bauabschnitte habt ihr. Und die meisten, es werden ein paar Sticker schon während dem Bau aufgebracht und dann habt ihr hier aber. Und das ist dann das, wo ich mir gesagt habe, so oh nein. Ihr habt insgesamt drei Bauabschnitte. Drei Seiten, wo der euch nur sagt, wo müsst ihr welchen Bepper anbringen. Es sind vorne am Anfang nur so ein paar einzelne, die irgendwo hingeklebt werden, wo man nachher nicht mehr rankommt und das war's. Was richtig cool ist, ihr habt dann 225 Bauabschnitte und dann fängt es auf einmal wieder von vorne an. Ja ne, nicht so ganz. Hier ist Akkubox und ganz wichtig, immer bis vorher sowas verbaut. Bei Sembo wäre es jetzt kein Problem, weil ihr baut es im Nachhinein rein. Es ist nicht irgendwo mitten im Kern drin. Aber testet die Motoren. Ich habe es jetzt erst wieder bei einem Spätzle gehabt. Der hat Bauteile, die man testen sollte, nicht getestet. Und es geht dann nicht so leicht raus wie hier. Gibt doppelten Bauspaß, sage ich euch nur. Ist mir auch schon passiert. Darum, es passiert euch eigentlich nur einmal. Hier ist es nicht so schlimm, denn es wird euch erklärt in, gucken wir mal, sage und schreibe, 13 Schritten, bis ihr das wieder komplett zusammen habt, wie ihr diese Motoren reinkriegt. Mega simpel. Teilheranzahl habe ich ja schon gesagt, 1341 Teile natürlich ohne die Motoren. Auch wenn ihr die Statik-Version kauft, weil ihr sagt, ihr habt Zeug daheim, ihr braucht keine Zusatzteile, ist natürlich alles mit dabei. Und zum Thema Sticker, dass wir die auch noch gleich abgefrühstückt haben. Nein, nicht dieser kleine Stickerbogen, füllt drei Seiten. Es sind natürlich ein paar mehr. Wisst ihr jetzt, wieso ich mir das nochmal zweimal überlegt habe, ob ich die drauf bringe? Ich glaube schon. Wird aber wohl im Übel noch passieren. Auf jeden Fall kann ich damit schon mal ziemlich gut meinen Hund ärgern. Der ist da immer sehr skeptisch, wenn ich mir den Teil hier durch die Bude fels. Ja, der kleine, ich würde mal sagen, so Adam, ich habe keine Ahnung von Autos am Maßstab 1 zu 14. Korrigiert mich gerne, was würdet ihr einschätzen? Größe, hier, vor mir. Ich hätte gesagt, wir kommen da wahrscheinlich so im Maßstab 1 zu 14 ran. 1 zu 14, vielleicht 1 zu 16. Das Problem an den Dingern ist, ich habe keine Maße so jetzt gefunden, wie groß so ein Trophy Truck ist. Ich war schon auf ein paar Rennserienseiten, aber dann wieder von Inch und alles umrechnen. Boah, sei mir nicht böse, da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Er hat aber coole Funktionen, denn ein richtiger Trophy Truck hat natürlich auch eine große Karosserie. Und die kann man ja dann meistens abnehmen. Ich habe jetzt die Pins komplett rausgezogen, das müsste eigentlich gar nicht. Vier Pins rausziehen, das eigentlich nach oben klappen, dann könnt ihr hier die komplette Karosserie wegnehmen. Und die ist trotzdem echt stabil. Steine Qualität, Sembo Technik, fand ich cool. Hat sich super bauen lassen, geht alles schön fein zusammen. Hatte null Probleme, die Pins laufen einigermaßen, also nicht einigermaßen, sondern ich finde sie laufen gut. Sie sind nicht ganz so stramm wie bei manchen anderen Alternativen, die ich bis jetzt schon hatte. Oder sagen wir mal Alternativen, jetzt sind wir blöd an anderen Klemmbausteinherstellern. Die laufen echt gut. Auch an der Seite, obwohl es hier so dünne Paneele gefrickelt ist, ist das okay. Passiert nichts, auch die Stoßstange vorne gebaut und alles, hier oben die Lichter drauf. Dann hier ist Gott sei Dank kein Kunststoffteil, wenn euch das Ding umfliegt in der Bude, das ist nur eine Gummiantenne. Dann so Details wie Feuerlöscher, Rückleuchten und so dran. Und was mir eigentlich ziemlich gut gefällt ist hier, dass sie tatsächlich wie bei den richtigen Trophy Trucks diesen Gitterrohrrahmen hier nachgebaut haben mit Achsen und das ziemlich geil aussieht. Jetzt kommen die Detailverliebten und sagen, boah, das ist kein richtiger Trophy Trucks, der hat ja so Spielzeugquerlenker oder zumindest ziemlich dick gebaute Querlenker oder A-Arms nennt man das, auch bei den Amis. Und hier so Mini-Dämpfer. Ja, normalerweise, wenn man den jetzt so richtig übertrieben baut, dann bräuchte er richtig schöne, lange Stoßdämpfer, richtig viel Federweg. Ich finde ihn trotzdem geil, denn hier vorne auch schön Motorabbildung drin. Also, ja, Nachbau, wenn man den hier anguckt, ist nur ein bisschen schade, ist nur ein V6 für die Detailversessenen. Auch schön fett Auspufferanlage mit so, ja, so Chromparts, aber beziehungsweise eher so Metallic Silber. Ja, auch mit einem sehr krassen Schimmer. Oder manche Teile so leicht Chromschimmer, aber ich würde eher das unter Metallic Silber oder chrom, mattes Chrom, wie hier vorne. Ja, da können wir es vielleicht ein bisschen erkennen. So sind auch die Teile. Cool gemacht, macht auf jeden Fall Laune, das Ding zu bauen. Ist auch vom Chassis kein Lapperding. Ja, also hier kann ich tun, machen, wie ich will. Und wie gesagt, das Interessante, die Motoren werden im Nachhinein, sind die hier eingesetzt. Einmal hier vorne das Servo, dann einmal hier unten, da macht man die Querstrebe raus, den M-Motor. Ihr braucht einen Servo, einen M-Motor. Und dann hier hinten die Batteriebox. Da ist es natürlich wichtig, dass ihr eine 4-Kanal habt und nicht gerade die Moldking 6-Kanal übrig, weil da wird es ein bisschen eng. Die 6-Kanal auch wegen den Steckern anbringen. Hier hinten die Ersatzräder, wo man dann auch so runterfahren kann, was man eigentlich nicht machen sollte. Also nicht runterfahren kann, sondern ich habe das vorhin dran rumgespielt. Die halt das schön halten, ein bisschen von runterfahren. Ich glaube, die Lüpfchen gehen echt nämlich auch da einfach nur runter. Er hat auf jeden Fall zwei Ersatzpellen mit dabei. Oh, und ein Detail, was ich noch nicht gezeigt habe. Diese Trophy-Trucks sind ja viel im Sand und Gelände unterwegs, wo man auch teilweise mit sehr, sehr niedrigem Reifendruck fährt. Dafür gibt es dann sogenannte Badlock-Felgen. Das heißt Felgen, die, boah, jetzt ist mir der Name eingefallen, auf gut Deutsch, die Felge klemmt den Reifen. Er sitzt nicht nur in dem Felgenbett drin, sondern er wird auch geklemmt. Und wir haben hier tatsächlich die Felgen gedruckt, hier an der Seite, den Rand. Und diesen Badlock-Ring, der da ran geschraubt wird, angedeutet. Finde ich auch wieder ein sehr geiles Detail. Dann kann man hier die Karosse einfach wieder draufsetzen. Auf Position hier unten die Pins reindrücken, wenn man mit der Karosserie tief genug ist. Mal schauen. So. Pins rein. Da müssen wir natürlich, müssen wir die Karosserie ein bisschen ausrichten, weil die liegt nur auf, die vier Pins rein. Gut ist, klappe zu. Dann, last but not least, fetzt man nur kurz ein bisschen rum, Fernbedienung ein. Und es ist natürlich jetzt mit diesem M-Motor keine große, es ist ein bisschen Untersetzung drin, wenn ich es noch richtig weiß. Aber geht schon. Mal gucken, dass das Ding nicht runterschmeißt. Es macht auf jeden Fall Laune. Es reicht zum Rumfetzen in der Bude. Es ist natürlich jetzt keine Mega-Rakete und kommt dem Original, was die Geschwindigkeit angeht, natürlich nicht im Maßstab ran. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Macht Laune, kann man auch, wie gesagt, dann als Static Version sich einfach so ins Regal stellen. Oder der nächste Vorteil ist, ihr kennt es, wir sind ja oft Spielkinder so, die ersten ein, zwei Tage cool, dann fässt man es nicht mehr an. Somit kann man die Motoren, wenn man die braucht, ziemlich leicht wieder ausbauen und für das nächste Modell verwenden. Und hat nicht ein halb zerlegtes Set irgendwo im Regal rumstehen. Ein paar Ersatzteile sind auch noch mit am Start. Teile-Trenner. Ein defektes Teil hatte ich tatsächlich. Und eine sehr zur Flunder flach gepresste Teil. Einmal Sechser konnte ich durch den Eigenbestand hier auffüllen, kein Thema. Und dann halt noch ein paar Pins und Kleindedöns. Mehr auch nicht. Somit kommen wir jetzt auch zum Fazit. Wir quatschen schon lange genug wiederum. Geiles Teil. Geiles Teil. Mir hat es Spaß gemacht zumindest. Ist natürlich auch mal eine außergewöhnliche Farbe. Der liebe Timo von Steine-Weller würde sagen, und du weigerst dich jetzt noch einmal Friendsets zu kaufen. Ja, ist was anderes, wenn ein Auto so bunt ist. Aufgrund der Rennserie. Obwohl es mich schon ziemlich, wo ich es dann ausgepackt habe und es nochmal realisiert habe, dass hier hinten die Kohlflügel rosa sind. Dann dachte ich so, buh, jo. Ist der Ruf schon ruiniert, lebt es sich ja schon recht ungeniert. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Mir hat es Spaß gemacht. Preislich müsst ihr euch das überlegen. Ich finde jetzt für 1341 Teile. Ich habe es jetzt mal ohne Emotoren. Jetzt sind wir bei einem Teilepreis von 3,4 Cent. Sembo hat eine gute Teilequalität. Ich habe hier keine bösen Kratzer gehabt. Sticker kann ich euch leider jetzt noch nicht sagen, was Sache ist. Okay. Ja. Finde ich jetzt kein mega Schnäppchen. Finde ich aber auch nicht übertrieben teuer. 20 Euro Aufpreis für Akkubox und Co. Lässt sich auch verkraften. Deswegen von meiner Seite Daumen hoch. Kaufempfehlung geht raus. Wenn ihr Bock habt, wie immer. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Denn Every Monday ist Soldier Monday. Haut rein Leute. Ciao, ciao.